Der Naturerlebnisraum Wilder Kermeter ist ein Teil vom Nationalpark Eifel. Den Nationalpark Eifel gibt es seit 2004 und er ist sehr groß. Etwa so groß wie die ganze Insel Sylt. Hier im Nationalpark soll es wieder wilde Wälder geben, wo die Bäume und Pflanzen einfach wachsen und die Menschen nicht eingreifen. Deshalb ist das Motto, Natur Natur sein lassen. Sie stehen hier mitten im Nationalpark. Der Berg hier heißt Kermeter. Hier wachsen noch viele Buchen und Eichen. Diese Bäume wachsen schon sehr lange hier. Die Wälder im Kermeter werden besonders geschützt. Sie gehören zu den wichtigen Schutzgebieten in Europa. Diese Schutzgebiete heißen Natura 2000. Die Wege und die Rastpunkte und Höhepunkte im Kermeter können Menschen mit und ohne Behinderung die Natur gut erleben. An den Wegen steht alle 250 Meter eine Bank. An vier Stellen gibt es auch Sinnesliegen. Dort können Sie sich hinlegen. Und Sie können nach oben in die Bäume schauen. Und den Geräuschen im Wald zuhören. In der Mitte von diesem Rastplatz steht ein Kartentisch. Dort können Sie die barrierefreien Wege anschauen. Und Sie können die Infos mit den Händen fühlen. Der Wilde Weg ist ein Naturerlebnispfad. Er ist ein besonderes Erlebnis. Der Pfad hat zehn Stationen. An den Stationen erfahren Sie, wie der Nationalpark zu einem Urwald wird. Welche Tiere und Pflanzen dabei wichtig sind. Länge 1,5 Kilometer Länge 1,5 Kilometer